Aua, ich darf mich als erster hängen, mein Befreiungs-Perk. Egal, das ist ja auch Teil davon, dass das aber nicht klappt. Ja. Das war mein erster Flashlight-Safe, den ich je geschafft hab! Ach, das war du! Ajaaaa! Fuck, 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 fuck. Wohin jetzt? Wohin jetzt? Ich weiß es nicht! Ihr wird kalt in Paletten. Oh nein! Du kriegst eine Überfreiung! Danke. Ich hatte genug Aufregung für heute. Ich würde auch gerne mit dem Jen. Wofür habe ich denn Proof als halt? Ciao. Ich hab's geschafft. Ja. Hey, da sind noch andere. Geh doch denen nach. Wer ist es denn? Oh, bewältigen. Tschüss. Wer ist es? Oh, er kommt ja hinterher gesprintet. Wer ist es? Wer ist es? Ach so, Blythe. Du warst da nicht am Anfang dabei? Nein. Ach, wir waren zu dritt an einem Jen und da kam er. Ich hatte irgendwie angenommen, dass du auch dabei warst. Ah! Er lässt mich in Ruhe, ehrlich. Oh oh. Oh. Oh mein Gott! Oh oh oh. Oh oh oh. 50%. 80%. 30%. Ich komme! Danke! Bitte! Tschüss.